Wird Lionel Messi zu Barcelona zurück wechseln? Nein, zumindest sagt das relativ deutlich der aktuelle Barca-Boss, also nicht irgendwer, und zwar Laporta. Aber was sagt Laporta? Er sagt, wir bauen ein neues Team mit neuen Leuten und erfahrenen Spielern auf. Wir ziehen es derzeit nicht in Betracht. Außerdem sagt er, ich habe keine Nachricht von Messi erhalten, zu Barca zurückzukehren, auch nicht von seinem Umfeld. Okay, also scheint das Thema erstmal gegessen zu sein und er wurde auch dann gefragt, was mit Lewandowski ist. Er hat gesagt, ich werde keinen Namen nennen, aber gute Spieler kommen gerne zu Barca. Aber ich persönlich glaube jetzt nicht, dass das passieren wird mit Lewandowski. Naja, man versucht aber auch mit Dembélé zum Beispiel zu verlängern, das stellt sich als schwierig raus bei Barcelona. Sie haben viele Probleme und ich glaube, sie könnten Messi auch gar nicht holen. Viele hatten sich an der Vergangenheit gefreut, ja Messi wird wieder zu Barca gehen, er kommt wieder zurück. Ich persönlich halte das laut aktuellem Stand erstmal für ausgeschlossen, weil ich glaube, dass es finanziell erstmal nicht machbar ist, das Paket Messi nochmal zu stemmen. Vielleicht in einem Jahr nochmal, kann man nochmal reden, wenn Barca vielleicht auch neue Sponsoren hat oder sich finanziell besser aufgestellt hat. Das kann ja doch immer schneller gehen, als man vielleicht denkt, dann kann ich mir das vorstellen. Aber aktuell, leider gibt es noch nicht die Traumnachricht und die Traumrückkehr von Messi. Eure Meinung in die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.